Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Nostain. Was willst du? Was ist los? Tut mir leid. So, wir sind hier zuletzt stehen geblieben beim Koranspion. Oh, hör auf zu singen. Entschuldigung. Ganz schlecht. So, als nächstes steht TS. Atom. Atom. Ja. Atom. Atom 40. Atom 40. Ja. Deutsche Sprache, ne? Ah, deutsche Sprache, ne? Wo waren wir? Wo waren wir? TS 48 müsste wieder U2 sein. Da oben. Da oben. TS 48. Dann gehen wir den doch direkt an. Ich geh dann direkt rein. Geh. Mit drin. Bist du bereit? Ja. Okay. Dann auf geht's. Du hast Mut. Du kommst einfach hierher. Als wäre nichts passiert. Das gilt doch für dich, nicht wahr? Aha. Ich mag dich zwar nicht besonders, aber immerhin bist du nicht ganz nutzlos. Das gleiche könnte ich über dich sagen. Na schön. Da wir nun schon einmal beide hier sind, können wir auch zusammenarbeiten. Lass uns zum Büro der Genkos gehen. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis. Gut. Da. Sech Gespräche. Ab rein. Die. 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 Laufen wir jetzt hier einfach nur mumme. Ja. Einfach nur so, weil was können. Da geht vor. Okay. schnapp sie dir das zählt als gespächt sehr gut jetzt fangen die hunde schon wieder an gibt es das denn also ich habe 59 lilien wie viel hast du denn jetzt schnapp sie dir 67 hast du acht Stück mehr und Speedbooster Dankeschön ja nimm dir schnapp sie dir das sind aber epische Gespräche hier sagenhaft die drei wirkte die zählen hier als Gespräch sehr schön heute wieder alles sehr gesprächig was sagst du dazu als Hausfrauenmutter ich bin arbeitende ich weiß das ist doch nur ein blöder Spruch blöder Vogel ich arbeite mehr wie ich zuhause bin ja das stimmt ich wollte nur meinen blöden trockenen Spruch bringen der war scheiße ach der war gut der war total scheiße der war scheiße der war gut so sagen wir auch immer auf der Baustelle so wenn wir dann irgendwann am Planen sind und die Azubis stehen so daneben dann sagen wir auch immer und was sagst du dazu als Hausfrauenmutter das grüne Glasstück ist meiner das grüne Glasstück ist meiner hast aber Glück gehabt ich wollte gerade grüben so und die Genkos kommen sei leise und versteck dich Fernum wird schon bald entfesselt doch auch wir werden die Folgen zu spüren bekommen viele Soldaten wurden bereits vergiftet und sind daran gestorben das alles wurde verheimlicht sobald das Siegel gebrochen ist werden sämtliche Kreaturen am Mount Krem sterben wir helfen dir nicht dabei uns zu töten die Menschen in Nossville werden sterben die Koaren werden ebenfalls sterben dann gehören Nossville und sämtliche Minen dir ich habe bereits meine Art verraten ich werde meine Leute nun nicht auch noch in den Tod führen wenn Fernum erwacht wird sich der Himmel öffnen und das Land teilen dies wird das Portal für Herods Dämon sein Herod wird dich nicht vergessen doch zunächst muss ein kleines Opfer erbracht werden überlebe es wir werden jene respektieren die überlebt haben grrrr ich werde bei diesem unfairen Handel nicht länger mitmachen wir halten uns lediglich an die Abmachung wir haben dir die Minen von Nossville versprochen nicht dein Leben und was ist wenn wir nicht mehr mit dir zusammenarbeiten wenn ihr euch nicht an die Abmachung haltet werdet ihr sterben wir finden einen neuen Partner ist das dein Ernst? Kurwoltz aus Creano euer Land wird bald das Land der Dämonen sein ihr elenden Kreaturen könnt diese Entwicklung weder aufhalten noch ihr Stand halten doch wir versprechen euch neues Land haltet einfach euer Versprechen wir werden das Land von Nossville an die Überlebenden abtreten zum Ruhme Hellrots wir haben keine Wahl wir müssen nun nicht mehr über unsere alte Abmachung reden unterhalten wir uns lieber über unsere Übereinkunft die wir eben getroffen haben was ist los? jemand hat unsere Unterhaltung belauscht wer ist da? sie haben mich entdeckt wir werden diesen Kampf zu Ende führen nein ich werde mich um sie kümmern geh und berichte Cliff was wir hier erfahren haben aber wir dürfen ihnen nicht zu zweit in die Hände fallen beeil dich Kene? falls wir das hier überleben werden wir uns wieder treffen das war's ich spreche mit Koran spüren 3 riesige danke geh auf dein Opho ich warte doch extra wo muss ich hier lang? wo muss ich hier lang? hier sag das doch ding 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 und dann hier ja ich muss ja erstmal die Tierschen hier ablenken wuuu der kann auch nicht schlappen die Tierschen ablenken ich muss auch immer die Tierschen ablecken lenken auf Sachen schlecken ich kann ja nicht dafür was du so in deiner Freizeit tust ey alles gut so dann quatsch ich schon mal mit dir Kene wurde gefangen genommen oh nein was sollen wir nur tun ich habe keine Ahnung verdammt worüber grübelst du denn nun schon wieder entschuldige es machte ohnehin keinen Sinn wütend auf dich zu sein schau mal hier dieses Schriftstück habe ich im Büro der Kenkus gefunden hm es wurde in der uralten Sprache verfasst die nur Kreano gesprochen wurde äh vielleicht kann Cliff es lesen wo ist Cliff? er ist hier irgendwo falls ich ihn vor dir treffen sollte werde ich ihm davon erzählen ja bitte bitte beeil dich und finde Cliff so wir können den Fernum vorposten nicht mehr außer ja genau Thornbroker was hast du? nervöse Thornbroker ja warte mal ach stop und der andere war Jellys dunkle Jellys mhm so gehen nach Zickzackfahrt ach ich hätte auch erstmal aufs Ufo gehen sollen yey Zickzackfahrt ach wir müssen gleich diesen heiligen Ast äh den roten Ast da fahren weißt du weißt du dich mal und dann müssen wir den Cliff jetzt zweimal machen wollen wir nochmal? äh nur zwei zickzackfahrt da oben genau da ist er genau da ist er da ist er ja dann muss ich eigentlich nach da da ja das ist eigenartig ich kann nicht mehr weitergehen diese sonderbarer magische kraft hindert mich daran vielleicht weiß merkel war etwas darüber der heimkehr da gehen wir mal mit marken quatsch so was können oder genauso ich merke schon wieder standbild du berichtest was bisher geschehen ist grübelt entschuldige aber kennst du den heiligen ast der heilige ast was hat das denn damit zu tun der heilige ast mit hilfe des heiligen altars kann man daraus einen ast der reinheit erhalten einen ast der reinheit der heilige alter der müsste im zauberturm 18 denke ich hallo grübelt heißt dass man kann den zigzag quad durchschreiten wenn man einen ast der reinheit hat das sollte stimmen wir müssen erst entfernen ja da brauchen wir doch ach so ja ja sonst müssen wir dann noch mal den zigzag quad können die waren doch direkt von den fernern dem tempel rein kommst links unten ja das ist ja doch noch richtig in erinnerung das fieber oder was ja ein bisschen ja ein wenig ein wenig spiel aber nur ein bisschen wie jeden tag da müssen wir beide einen haben ne ja ich glaube schon was ich glaube schon ich weiß es nicht ich denke ja ich denke ja ähm hallo ding 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 erst mal wieder alles aus dem weg schaffen hat man ja wieder einen ganzen mob am arsch ich glaube schon draußen na ständ Lehrer Christian es ist wirklich denn ich bekomme ich die ich glaube ich ist in diesem даже hier wie die ich arme der rückkehr nutzen und da stehen wir direkt wieder da ja sehr gut du siehst ich denke mit nidze sehr liebsel ja sehr nidze den ding 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 ist eigentlich schon mitbekommen dass das wenn wir alten säcke solche wörter benutzen das ist einfach scheiße klingt ich weiß aber wir sind trotzdem voll korrekt und krass und oberaffen geil toll und so habibi ja ich weiß wir sind zu alt wie sowas das klingt uns irgendwie nicht mehr so cool wir sind immer noch voll korallen noch nicht mal das denn den ding 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 so zappert um acht du sind zerstören die teufel ist abgeschlossen du auch da und nun geschafft der erste reinheit mir fehlen noch fast 15 prozent wir haben uns ein segen rein aber wir können ja wir können ja diese jenny's machen wo sind die denn weiß ich nicht auf jeden fall jenny's und diese nervösen tor walker tor links was auch nicht für die ganzen fritzen sind aber die die tonys waren doch im ja waren das nervöse ich glaube ja nach scheiße wir müssen ehren ammutter rückkehr machen oder wieder acht früchte sammeln sind wir da nicht so zurückgekommen nein was ich aber nicht mein arme direkt ich brauche doch bloß acht oder ja bloß acht ja weil du mir das zu doof ist dann da drüben noch mal hin zu fliegen das ist aber flotter wie acht früchte egal ich bin eine frau ich denke anders ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ja ich mein's der computer sagt nein wie er einfach mal nicht widerspricht ja da gibt es nichts zu widersprechen es tut mir leid nervöser thorn walker nervöser thorn walker warum ist schonmal ein davon gibt es hier nicht so viel die 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 und wie viel hast du wir lassen bi ja denn her okay julia Einheit. Oh, ich bin ja... Oh, ich hab schon schon acht. Ich hau dem gleich ein, ne? Ich muss bei Gott. Bei Gott. Mein Bob ist schon wieder tot. Boah... Wo waren die denn jetzt nochmal? Hast du eigentlich einen Segen drin? Ne, du? Warum machst du der jetzt keinen rein? Stimmt eigentlich. Hauen wir uns einfach mal einen Segen rein. Ding. Ding, ding, ding. Das sind ja die Geschenken. Ja. Ich weiß. Für die haben wir ja nichts bezahlt. Kein Cent. Willkommen zurück Bonus. Wie bist denn du eigentlich? Da, wo die... ...Zorn-Dinger sind. Aber du bist U1? Ja. 2, ha, ha, ha. Da gibt's ja die Jedi. Aber die gab's auch keine, ne? Die gibt's erst... äh... hinten im Ding, in der Fernandkruft. Da kommen wir ja mit Level 50 rein. Da kommen wir ja mit Level 50 rein. Aber hier gibt's auch nicht wirklich die Nervösen. Ich hab' jetzt... ...zwei Stück. Wir können aber auch grad in die Fernandkruft. Wo waren die? Auf U2. Ach, da spüren die Köder gestern. Ich komme auch. Da müsste es auch die Diärliste geben. paísig. Normalerweise. Oh, ich bin verkehrt. Nää. He 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 he. Irgendwie war ich jetzt hier verkehrt. Ah, ich bin doch schon wieder hier drin. Bist du falsch abgebogen? Ja. Das ist auch nicht auf den Schwarten. Das sind auch Tormis. Dunkle Yellies. Ja, das sind aber Stonewalker, das da. Das sind nicht diese... Ja, pass auf, dass du nicht stirbst. Ja. Was meinst du? Du musst die Folge eh beenden. Ach ja, Folge ist voll. Ähm... Dann beende ich mal hier die Folge. Wir leveln aber jetzt nebenbei, neben der Folge. Fertig und machen da die Nebenquests noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Abo, falls du nicht getan hast. Und Kommentare sind auch immer wieder gerne gesehen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, meine Freunde. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.